hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge subnautica wir haben beim letzten mal habe ich alles schon weggeräumt ich nehme an wir haben doch einiges gefunden pistolines uranit und rubin dann wir schon zähne haben wir ja wirklich sehr viele das ist sogar das titan noch drinnen ein paar weißt du viel ist magnetik haben wir da oder diamanten sehr gut da könnten wir uns ja den neider machen genau das ist doch eine idee oder melden im grunde können wir das selbst nehmen und etwas naschen auch gemacht aber das da geht nicht ich komme da nicht dazu ja jetzt kommen wieder zu hoffi heute yes ja vital signs stabilizing stabilizing ok ja ich hoffe wir uns damit voll die sind noch nicht so weit wie schaut es mir dann aus aus wie viel wasser gibt er auch zu wenig naja dann zu glück hat der nicht alter schwede da haben wir ja den ganzen baum abgenagt bis wir satt sind aber jetzt sind wir satt so beichert auch gleich nicht dass er wieder hungrig wird das werkzeug und zwar reparaturwerkzeug haben wir ja mich hätte gerne eben da da die sind noch unbekannt das ist aber blöd das kreislauftauchgerät könnten wir uns machen den strahlenanzug schwimmflossen haben wir aber sicher ja ja so wir haben das alles schon der chip fehlt noch der chip der chip der chip aber ich glaube den können wir noch nicht machen nur der computerchip ok ok ah ah das ist der landeplatz wo wir jetzt wieder hin müssen sollten ok da ist die Tarn steckt man dabei da rein ok den gel sagt da da brauchen nämlich die außenbietkästen und ich glaub die haben wir noch nicht schauen wir mal doch haben wir naja dann ok ups hat er das jetzt wieder da rein geräumt naja wo hat er den titan wahrscheinlich ok klar ja aber mit ok und basteln uns eine plattform her hat er 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 noch mal zwei mal oder das Aquarium ist glaube ich doch nicht so gut außerdem ist da noch kein einziger Fisch drin das was wir jetzt gleich mal ändern werden wo wollen die jetzt kein besonderer es war schnö hallo wo ist er nein es ist er nicht aber den nehmen wir auch wie ist denn der jetzt ah ja genau ich hab schau dir steckt es mittlerweile da die Tiere nehmen die und verschleppen diese ich hab das das letzte mal in der Röhre abgelegt da ist die Röhre oder ne wurscht wir probieren die da vielleicht hat es da eine Röhre wurscht sind alles was ist ok passt ok ok dann kann ich es können noch nicht wie ist er wie ist er wie schief fischi da ist er nein jetzt hab ich ihn wieder nicht jetzt hab ich ihn ich hab das genügt ach so da hab ich die da in der Röhre in der Röhre hab ich es drin gehabt aber ja auch nicht sicher leider gleich wer noch ok warte mal jetzt gehen wir hier gehen und schauen was haben wir alles alles, was draussen reinpasst. Ah, das ist innen. Okay, dann mal die zwei. Okay, dann wären wir noch einen. Ei, los, jetzt lieber einen Abstand. Rein mit den giftigen Sachen. Die Batterie ist leer, die können wir sicher dann mal weiterverwenden. Den können wir schwarz speisen. Rund damit haben wir da schon Melonen. Die sind noch nicht so weit, okay. Jetzt waren sie da durch. So, ich würde sagen, rein in die Motte. So, dort haben wir die Tiefe. Das ist sicher auch wieder ganz woanders. Das befindet sich auf der Insel. Aber schauen wir vielleicht... Würde gehen. Schau, da haben wir Sichtgenau, da da. Machen wir zuerst. Lass mal ein bisschen Licht zu Hause haben. Na, wo ist's? Mist, wo bin ich denn daheim? Ups. Gut. Entschuldigung. Oder, na das ist nur feindbar, da muss ich um nichts was machen, dass ich das auch wieder finde. So, jetzt haben wir überall Licht, später dann. So, ein bisschen ausschweifen. In der Hoffnung, etwas zu finden. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. es wird sind Was dann? Gold Blei Ei Ei und das wars Ein normaler Na Klatsch, die ganzen Fische aufgeklatscht Da ist ein Ei, Kreaturen Ei, viel später, da brauchen wir mal das Aquarium Da haben wir einen Behälter Und es ist auch was drinnen Die mobile, ok Leider das Falsche Silber, da haben wir einen Metallschrott, nein den brauche ich jetzt nicht Da ist ein Einschluss, genau, darunter wollen wir dann später auch noch, zuerst machen wir das Weil dann gehen die Missionen weiter Da ist auch was drinnen, aber sicher auch die mobile Fahrzeugstation Na ja Na gut, Titan brauchen wir sowieso Da führt sowieso kein Weg vorbei Da ist nichts Ach du liebes Bisschen Äh Wo ist denn das unsere Markierung Wo ist denn das unsere Markierung Oder Da waren wir 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 wir gar nicht. Noch nicht. Conny möchte davon eine Probe. Jawohl, nein, eine reicht. Entschuldige. Hey, was ist denn da? Schick. Schau, was da ist. Nickel oder Wuri oder Blei? Diamant. Oh. Nein, 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 nein. Den lassen wir lieber. Also am besten das Licht abdrehen. Habe ich das Licht? Oh ja, das ist schlecht. Er portet uns dann nämlich. Also nichts Schlimmes, einfach nur nervig. Da schauen wir später her. Jetzt schauen wir da rauf. Also nein, wir haben noch Zeit. Das sind ja wirklich 26 Minuten. Das ist ja gar kein Witz. Ah, der ist zu. Ich hab nichts mit. Ja, ich weiß auch schon warum. Entsammeln. Absolut wertvoll. Absolut brauchbar. Da gibt's gar nichts Unbrauchbares. Ja gut. Sehr gut. Komm her. Gott, das bin ich. Ah nein, das ist ein Vieh. Das bin gar nicht ich. Vier Blätter noch. Und da haben wir schöne Höhlen mit schönem Blut. Und wir planten alles da. Wow. Das ist ja die Unterwasserwelt. Das ist dieser Hammer. und ich denke wie alt das spiel schon ist da haben wir ein größeres vorkommen da brauchen wir aber den brown anzug haben wir noch nicht hier ist wieder wo ist ein fach haben wir noch keines nichts vergessen wie viel passt nur eine eines dann nehme ich lieber dies mit kann ich was ist das möchte ich nicht wegschmeißen und essen ist auch nichts so aufpassen dass ich da nicht zu weit zu nahe komme aber ich werde eines wegschmeißen müssen tut mir leid weil ich bekomme da ja die tafel irgendwo dann geh weg da liegt das gute stück violettes tafelfragment das kann ich dann hier platzieren in dem fall habe ich es nicht aber ich glaube oben liegt welches fliegen da die fische fliegen da die fische so geht es nicht sag ich es nicht jetzt haben wir da noch rein was kann ich denn noch einstecken ein stück das ist ja super also nichts aufschlagen da gibt es ja da gibt es ja brücke da herinnen okay das ist nicht so hoch wahrscheinlich da liegt auch da liegt auch noch so ein teil okay do not wo ist die brücke da ist dieser andere bär gewesen nimmer da hat sich an was da alles gibt oh okay das gab es glaube ich dazu mal nicht das sind die portale jungenwürfel findet man auch drinnen gar nicht gar nicht okay da müssen wir dann noch mal zurückkommen wenn wir leeres inventar haben er ist wo ich glaube was mit ihr anknappert okay weg da bin ich falsch da geht es raus oder oder da liegt nichts aber vielleicht bin ich da schon mal durchgegangen weiß es nicht mehr ist möglich aber da geht es raus das passt da geht es zum portal und ja es ist besser so da können wir oh nein da ist der raum und da ist die brücke da liegt sie oh jetzt haben wir es so und da können wir uns einen schönen ausblick genießen wie der dann einschlägt muss ich da jetzt wieder rein ach da wohnt da wohnt wer okay das heißt wir können rein können rein geht es denn da jetzt rein da ja das passt dann können wir mal die erste tür öffnen oder das erste tor das machen wir auch wir werden das jetzt verwenden wir werden das jetzt verwenden benutzen hmmm so eine damit wir kaufen das tier hmmm ja was aussieht brauche ich auch eines keine weinstimmung ja logisch das ist ja fremd was ist das was ist das daten herunterladen oje da das gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde war es nicht möglich hilfreiche Informationen zu übersetzen trotzdem erhalten sie scans einige Informationen über das Gerät selbst ist es ist wahrscheinlich ein fest körpercomputer obwohl es keine erkennbaren erkennbare benutzeroberfläche gibt bei annäherung begann es eine niederfrequente funkwelle zu erzeugen die komplexe aber erkennbare datenmuster enthält wahrscheinlich haben die fremden wesen die diese technik entworfen haben das sensorische fähigkeiten oder ein sensorischen apparat genetisch entwickelt um die von dem gerät ausgestrahlten informationen zu hören zu verstehen und zurück zu kommunizieren die mentale verarbeitungsleistung die erforderlich ist und diese art von telepathie durchzuführen setzt voraus dass die hersteller geistig wesentlich weiterentwickelt waren als der gewöhnliche mensch beurteilung weitere untersuchung erforderlich ok so daten download haben wir gemacht wie immer glauben wir alles einrichtungen verwendungs treten ist der zugang im unteren bereich ok gibt einen kontrollraum ich kann mich nicht mehr daran erinnern aber das ist eine Ionenwürfe so da können wir das portal öffnen und wir sind wieder voll dann haut den ausseh ok das geht jetzt nicht der muster aus den momenten konnte nicht sprechen ob er zweck geht für funktionale zweitweit daten erforderlich ok dort können wir noch was runterladen den kann ich momentan nicht mitnehmen ich kann da nichts wegschmeißen ich kann da nichts wegschmeißen ah ich kann aber hergehen und die taschenlampe am leuchten nein nicht die taschenlampe ist da 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 müssen die das aber ständig verwenden den Ionenwürfe kann ich nicht mitnehmen oh uah ja so stelle ich mir Liftfaden vor Shit wir hätten da doch parken sollen so jetzt ist da offen ich hab kein Wasser komm mach mal schnell jetzt siebnentar voll ok so ein weiterer Schlüssel ich würde sagen ich glaube ich werde kurz nach hause müssen was trinken weil der Charakter stirbt sonst aus ich kann da jetzt was ablegen es geht weiterer Ah, ja, ich kann mich schon wieder ändern. Aua. Ob denn noch kleine, ich bin ja infiziert. Okay, also das können wir nicht deaktivieren. Das heißt, wenn die jetzt da runterkommen, wissen wir ja schon. Bitte lesen, wir müssen nach Hause, weil sonst sterben wir. Wo geht's denn da raus? Ich will nur heim. Oh Gott. Nein. Okay, alles wieder zurück. Zum Glück braucht er scheinbar nicht mehr Wasser. Wir kommen nachher gleich wieder her. Mitnehmen. Wir parken draußen, gull. Dass ich kein Wasser mitgenommen hab, das ist richtig blöd, ein bisschen. Ja. Ja, ja, jetzt lief alles so gut. Und dann nippelt der Depp ab. Okay, nur ein Teil voll. Weil, war 2000 Meter entfernt. Habe ich jetzt gerade gelesen, was war denn das jetzt? So, nach Hause. Okay, 1200, das geht noch. Hoffe ich halt. Die 7-Motte ist da. Jetzt aber flott. Okay. So, hoffentlich geht sich das jetzt noch aus. 1100, 1200 Meter, circa. Ich hoffe, das gehen wir jetzt von einer Minute aus. Das könnte sich ausgehen. Wie man sieht, nimmt es ganz, ganz langsam ab. Ja. Modvorschläge. Ich nehme gerne Modvorschläge an. Wir spielen ja Subnautica mit Mods. Und wenn jemand einen Vorschlag hat, einen Modvorschlag. Den, was wir da integrieren könnten. Ich zeig nochmal, welche Mods ich installiert habe später. Damit ihr wisst, aha, okay, die sind schon da. Also, schon am Start. Okay. So, war, haben wir Glück, hä? 300. Nicht ganz. 250. 200. 200. Entschuldigung, Entschuldigung. Und wir müssen unbedingt höher bauen. Ich sehe meine Hütte nie. Also, da muss echt was geschehen, damit man das von Weitem sieht. Entschuldigung. Ja, schon der erste. Kick. Iss was, trink was, mach was. Ja. Gibt's ja doch nicht. So, wasser. Oh, ist das gut. Davon haben wir auch mehr. So, wie sieht's denn da aus? Schau, ja, die Minkpflanze, die gehört woanders rein. Okay. Ah, ist wieder voll. Das heißt, die, die müssen wir woanders hinmachen. Ah, jetzt hab ich sie gepflückt. Shit. Seht ihr, ich kann nicht ernten. Ich kann nur von da ernten. Wurscht nehmen wir mal Mietzer. Nur, dass wir die nicht mehr da rein machen, sondern nur noch die. Und mehr geht nicht. Wir gingen einfach her. Ich glaub, wir sind voll. Yep. So, war's. Ja. So funktioniert das. Das war doch klar. Der ist voll. Das gefällt mir nicht. Jetzt. Ich glaube, wir sind voll. Ja, aber jetzt kann ich sie ernten. So, dann da noch. Rein damit. Ist drinnen. Dann haben wir da noch einiges frei. Ich glaube, entweder vier große oder acht kleine. So, da halt Manusamen. Oh je. Würde da reinpassen. Zack, zack. Okay, geht sie nicht aus. Gut. Völf Minuten. Ich würde sagen, zurück. Oder da muss ich was. Hab ich. Äh. Da haben wir es ja schon wieder. Oh, ja. Das ist ja. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal einsa halten. Ah, die Ohnenwürfel nehme ich jetzt mit. Wo ist denn unser... ...Bode? So, das geht sich jetzt aus, dass wir das Spektakel sehen. Du die Gang. Ich muss mich ganz kurz schauen, schau her, das sind doch Wachs. Da ist ein Mistcuber. Da ist ein Mistcuber. Ich habe das Schraubstoffe gesehen, schau sie auf. Ich bin ein Mistcuber. Es ist ein Mistcuber. Ich bin ein Mistcuber. Ah, das ist ein Mistcuber. Ich bin ein Mistcuber. nehm mit Absicht jetzt keinen Schrott mit. Seegleiter fragt mehr, wir brauchen die Dinger sowieso. Es ist Schrott. Da war was jetzt. Egal. Zurück. Boah. Oh, da waren wir schon. Ich glaube, da muss man sich, da braucht man einen Laserschneider. Oh, da waren wir schon. Ich habe den Teleporter gehört. Das war jetzt, glaube ich, noch mal Glück. Okay. So. Da haben wir eine super Aussicht. Er meint, dass wir da hergehen. Okay. Vielleicht wird was aktiviert dadurch. 45 Sekunden. 40 Sekunden gleich. Feld ist oder? Das ist kein Gebäude, nicht? Das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzei. Ich weiß nicht, dass du dich nicht mehr verletzt hast. Ich weiß nicht, wie du dich da erledigst. Wir haben eine Atmosphäre, und wir sind nach dem Anfluss. Ich weiß nicht, dass du dich nicht mehr verletzt hast. Was ist da? Was bedeutet, dass du ihn nicht identifest? Hold on. Keine Rückkehr. Positions, alle. Touching down. 10, 9, 8. Es kommt aus dem Gebäude? Change course. Set thrusters zu voll. Naja, für uns sind das wieder Materialien. Aber die... War jetzt schon leider. So, das ist jetzt da rundherum runtergekommen. Das schauen wir jetzt gleich nach. Ja. Welcome aboard, Captain. Grüß dich. Was bist du denn? Die Gloob? Ah! Genau! Ah, da werden wir uns dann da die... Eine, eine... Eine Base reinbasteln. Ja. 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 Das ist eine Waffe. Okay. So, ich glaube, wir müssen sowieso nachher da rein. Oh. So. Können wir noch nicht so tief, gell? Nein. Ja. So. Okay. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann gehen wir da nochmal rein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann können wir alles entsammeln Ist da? Haben wir schon? Und das schaut nicht räumlich aus, sondern eher funktional Okay, da wissen wir, wir sind infiziert äh F-Selbst-Scan Okay Ich glaube, da laufe ich jetzt wieder in die Sack, Gas, okay Shit, doch nochmal zurück Dann bin ich im falschen Raum Wir müssen in den Liftraum Okay Ach, schau, da geht's Licht an Hier, wo ich bin, runter Hier, wo ich bin, runter Da ist er nicht shit da ist das Portal, da brauchen wir gar nichts schon das zweite Portal also gibt es da Verbindungen oh, da ist die Waffe aus der Verteidigung dieser Einrichter das kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden das war eh klar war ich jetzt da schon? nein, ja schon aber darüber müssen wir darüber, weil ich glaube da ist der Lift ja hui also da kann man überhaupt nicht steuern, lenken oder sonstiges die Animation geht von alleine erst jetzt wieder ok, das haben wir schon runtergeladen da haben wir noch einen Ionenwürfel den schnacken wir uns quer weiss nicht geht in haben wir haben wir ok ok Tocke Sossi. Nein, da gibt es nichts mehr zu holen. Das einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist runter. Da würde ich aber sagen, da fahren wir mit der Siebmotte. Ja, das ist es. Juhu. Das ist es. Licht aus, damit wir eben da nicht irgendwie, geht es da noch wo rein? Schauen wir mal ganz kurz. Oh oh, ja ja. Da ist auch ein Portal. Okay, so, alles nicht aktiv. Das dritte schon. Das hängt ja, glaube ich, alles irgendwie zusammen. Da ist keines. Da auch nicht. Jetzt will ich die Höhle und die Höhle ausräumen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Platz haben wir auch. Und irgendwo geht es rein. Irgendwo. Das Video dauert heute ein wenig länger. Das tut mir echt leid, aber ich will das noch mit reinpacken, dann sind wir fertig. Und beim nächsten Video, dann mal wieder bauen. Da bauen wir unsere Station aus. Ich möchte natürlich die ganzen Ablehne finden. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Wir sind da wirklich noch immer am Anfang. wieder geht es raus. Ah, das sieht da noch aus. Haben Sie jetzt alles abgefressen, oder was? War doch so viel. War doch überall eine Warte. Was gewahrt. Ah, don't worry. Okay, na, schauen wir doch da rein, schau her. Jetzt erst da runter, aah. Ah, don't worry. Oh, wie Diamanten. Lithium. Alles, was das Herz begehrt. Ich bin froh, dass wir ein grösseres Inventar haben. Wir hätten da sonst nie... Oh, ich kann nichts wegschmeissen. Doch. Geht ja. Da rollt es. Oh, das ist wichtiger fast. Weil das andere finde ich... Du auch. Na, wir sind wieder voll. Da muss man ja zweimal her. Schwede. Wo ist denn jetzt? Das Portal. Da? Ah. Wow. Auf Wiedersehen. Wir haben nirgendwo was offen, oder? Oh. Wir haben noch Ionenwürfel. Oh. 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 Bin ich jetzt auf der anderen Insel? Warte mal. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Wo bin ich denn da? Also raus geht's doch scheinbar nicht. Ah. Das auch doch da, oder? Bin ich jetzt nur auf derselben Insel? Ne. Das ist die andere. Das ist die andere Insel. Okay. Da kann man zwischen den Inseln hin und her. Ja. 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 Das haben wir wieder. Danke. Ich kenne ihn nicht. Danke. Danke. Na gut, ich würde sagen ab nach Hause. Alleine kann ich heimfahren, ich würde sagen, ich sage ein Rett, herzlichen Dank fürs Zusehen, bei gefallen, Liken und Abonnieren nicht vergessen, würde mich sehr freuen, auch kommentieren ist ja wünscht. Ja, ich fahre jetzt nach Hause, ich nehme uns auch beim nächsten Mal mit, beim nächsten Mal bauen wir unsere PS ein bisschen aus und ja, schauen wir weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.